Vier Stunden selbsttätige Aufnahme ohne Spulenwechsel, wobei für urheberrechtlich geschützte Werke die Einwilligung der GEMA oder sonstiger Berechtigter erforderlich ist. Pausenlose Wiedergabe durch die automatische Bandumschaltung. Am Bandende stoppt die Automatik den Bandlauf, schaltet selbsttätig die andere Spur und ebenso den Weiterlauf ein. Achtung! Spielend leichte Bedienung, elektronisch steuernde Tasten. Tricktaste für Sprach- und Musikeinblendung. Naturgetreue Tonwiedergabe in Studioqualität. Ein Saba-Spitzengerät. Technik und Funktion in Schwarzwälder Präzision. Ein Saba-Spitzengerät.